Einen wunderschönen guten Morgen, fast hätte ich geschnipst. Ihr seht mich und einen weißen Bildschirm und das wollen wir ändern. Ich habe hier ein iPhone, das hängt per Kabel an diesem Mac, an diesem macOS Bildschirm, den ihr seht. Und ich starte einfach mal eine kleine Art, die nennt sich Bezel und die ermöglicht, dass ich diesen Screen hier, den ich hier in der Hand habe und benutze, dass ich den am iPhone, am macOS Bildschirm sehe. Also den iOS Screen am Mac. Und das geht nicht nur mit dem iOS Screen, sondern es geht auch mit iPads oder mit wahrscheinlich auch iPod Touches. Und man kann nicht nur ein Gerät darstellen, sondern auch beide. Und dann kann man die beispielsweise jemandem zeigen, der in so einer Videokonferenz sitzt. Und dann kann man den Bildschirm abfilmen. Super hilfreich für mich, vielleicht trifft das auch nicht den Anwendungsfall von ganz vielen Leuten, aber es ist eine super bequeme Möglichkeit und es gab vorher nur so Hacks und Umwege, das darzustellen. Und diese App, die gibt es seit letztem Herbst und die ist einfach Gold wert. Ich kann da einfach jede App aufrufen und ich kann sogar das iPhone ins Querformat drehen und dann dreht sich das alles sehr, sehr schön mit. Und ich kann diesen Screen aufzeichnen. Die Aufzeichnen-Funktion, die steckt noch in so einer Beta. Und ich glaube, ich bin in dieser Beta. Man sieht ja, wenn ich mit der Maus über den Screen fahre, dann sieht man hier eine Aufnahme-Funktion. Die ist noch in der Entwicklung. Ich nehme das Ganze jetzt mit Cleanshot X auf, was ohnehin eine bequemere Möglichkeit ist, so den ganzen Bildschirm aufzunehmen. Aber Bezel bekommt auch diese eigene interne Aufnahmemöglichkeit und nimmt dann im Moment in dieser Beta-Version zwei Videos auf. Eins mit Gehäuserahmen, mein iPhone virtuell im Gehäuserahmen und eins ohne, sondern einfach nur den Screen. Es gibt andere Optionen. Beispielsweise hier unten kann man einstellen, wie die Hardware aussehen soll, wie der Gehäuserahmen aussehen soll. Also wenn ihr irgendwie mit einem roten iPhone ankommt, dann wird ein rotes iPhone als Gehäuserahmen vorgeschlagen. Das kann man frei wählen und auch entsprechend ändern für Details. Details sind sehr, sehr wichtig. Man kann das anpinnen. Dann liegt Bezel über allem, also über allen Fenstern, die ihr sonst noch auf dem Screen habt oder die ihr benutzt. und ändert sogar, so detailliert ist das Ganze, die Uhrzeit. Ihr seht oben in der linken Ecke steht die 9 Uhr, die bekannte 9.41 Uhr und es funktioniert sogar im Standby-Modus. Das heißt, wenn ich das Gerät sperre, dann gibt es den Standby-Modus und mir wird mitgeteilt, dass eine Sendung mich erreicht. Das ist sehr, sehr bequem, weil ich dann zeigen kann, was beispielsweise neu im Standby-Modus ist. Wenn ich da einfach mal rein wechsle, ich kann die Kamera natürlich einschalten, die wird dann auch gezeigt. Ich kann zeigen, wie man diesen Standby-Screen beispielsweise wechselt. Also nette kleine Geschichten sind direkt eingebaut. Und das ging vorher nur über Software, die so halb funktionierte. Und es gab Software, die das kabellos gemacht hat, aber die war sehr limitiert und hat gelegt. Und mit diesem Kabel ist das einfach super schnell und super bequem. Und wie gesagt, man kann mehrere Geräte gleichzeitig virtuell anzeigen. Ich kann sogar, wenn ich einfach mal so frei bin, hier oben Fenster duplizieren, wenn ich denn möchte. Keine Ahnung, warum man das machen wollen würde, aber es geht. Und es herrschen natürlich die gleichen Einschränkungen, die man sich so für iOS nicht ausdenkt, aber die bekannt sein sollten. Wenn ich beispielsweise hier das 1Password starte, dann seht ihr nicht meine Eingaben. Ich tippe hier gerade ein Passwort ein, aber ihr seht es nicht. Das heißt, sowas unterdrückt iOS und das ist natürlich auch hier berücksichtigt. Ich bin total zufrieden mit dieser kleinen App. Sie stellt natürlich keine Inhalte, die Copyright-geschützt sind, keine DRM-Geschichten dar. Versteht sich von selbst, dass man das, also mittlerweile versteht sich das leider von selbst, dass sowas wahrscheinlich nicht abgefilmt werden sollte, obwohl es natürlich so ein bisschen Humbug ist. Was abgefilmt werden kann, ist, wenn wir in die Einstellungen wandern und zur Accessibility-Funktion gehen, da gibt es dieses Apple Watch Mirroring. Wenn man denn mal so seine Apple Watch, die hier so zeigen möchte, dauert ein bisschen, weil ich auch auf iOS Betas bin, aber irgendwie, vielleicht sollte es jetzt, vielleicht sollte es jetzt auftauchen, vielleicht hoffentlich, nein, mal gucken, ich breche es nochmal ab. Das wäre der Vorführeffekt. Kann man einfach mal seinen Watch-Bildschirm zeigen und auch abfilmen, wenn man denn möchte. Ich fürchte doch, jetzt geht es. Jetzt hat es geklappt. Und jetzt wieder nicht. Deswegen machen wir es schnell aus. Ich bin auf iOS und auf WatchOS auf einer Beta. Das hängt damit zusammen. Sachen, die man einfach auf seinem Gerät in einer Videokonferenz zeigen möchte, die man screenshotten möchte, die man in einer Videopräsentation irgendwie zeigen möchte, all dafür ist diese Software, die 30 Dollar kostet, total toll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle.